hallo und herzlich willkommen zu der heutigen sonntags inspiration ja heute möchte ich noch einmal auf das weibliche prinzip eingehen warum das so wichtig ist dass wir das wirklich in uns integrieren auch männlein oder weiblein wir haben beide natürlich dieses weibliche sowie auch das männliche prinzip in uns aber gesellschaftlich ist natürlich in erster linie das männliche prinzip in den vordergrund gerückt und das ist natürlich sehr fatal und da möchte ich heute noch mal ein bisschen tiefer eingehen natürlich auch weil ich ich jetzt mal in drei wochen ungefähr diesen workshop anbieten werde aktivierte die göttin in dir also das weibliche prinzip da bin ich gerade dabei das vorzubereiten und es fühlt sich für mich noch nicht ganz rund an dessen kann ich noch gar nicht genau sagen wann es stattfinden wird auch das ist das typisch weibliche prinzip es wartet darauf geduldig bis es in ordnung ist bis es sich rund anfühlt ja und zum schluss werde ich dann auch noch eine kleine meditation mit dir mit euch machen also wer möchte bleibt gerne bis zum schluss dabei und kann mit mir gemeinsam diese meditation machen ja warum ist das weibliche prinzip so wichtig das weibliche prinzip das erkennt einfach die zusammenhänge und ich musste oft so an mich denken weil ich die zusammenhänge sehr aber oft sie nicht in worte fassen kann also weil das weibliche prinzip dann im vordergrund steht weil das männliche prinzip könnte es in worte fassen und deswegen geht es um den ausgleich in uns auch von einem männlichen und weiblichen prinzip weil das weibliche das männliche prinzip sollte in uns ausführen was das weibliche prinzip intuitiv erspürt wahrnimmt um wirklich heilung geschehen zu lassen und die gesellschaft so wie sie momentan aussieht und auch wie die erde sehen wir selbst hat sehr viel damit zu tun dass wir das weibliche prinzip und uns verbannt haben ja das weibliche prinzip hat sehr viel schmerz erleiden müssen weil es so unterdrückt wurde und deswegen hat es sich auch so ein bisschen zurückgezogen traut sie auch nicht nach vorne und es ist jetzt wirklich wichtig dass wir das wieder in uns integrieren natürlich gehört dann hat auch dazu dass wir diesen schmerz wahrnehmen weil mit diesem schmerz ist gebundene energie und damit diese energie wieder freigesetzt werden kann damit wir wirklich in der tiefe uns mit dem göttlichen kern wieder verbinden können weil das weibliche prinzip hat mit dieser göttlichen präsenz in uns zu tun die einfach intuitiv erspürt wie die zusammenhänge sind und das weibliche prinzip ist auch geduldig wenn es weiß es ist noch nicht reif dann wartet es so lange bis es reif ist so wie ich momentan warte bis der workshop wirklich reif ist damit er rausgehen kann und deswegen ist es so unglaublich wichtig dass wir da in der tiefe wieder im zugang finden weil sobald du zum beispiel das leben als ein wunder sehen kannst du bist du mit dieser quelle in dir verbunden wenn du wieder in dem fluss des lebens mit dem fluss des lebens schwingen kannst bist du wieder mit diesem prinzip in dir verbunden weil es folgt einfach seiner intuition es kann zu allem ja sagen es ist in der hingabe in der hingabe dessen was ist und es fühlt und durch dieses fühlen durch dieses gewahr sein was es wahrnimmt öffnet es einen raum der heilung und das können viele einfach nicht so wahrnehmen sie denken immer sie müssen im außen was verändern damit wir ja ein schlimmeres leben haben ein besseres leben haben oder in der gesellschaft was verändern nein wir müssen nach innen gehen wir müssen nach innen gehen weil wenn wir nach innen gehen und diese heilung zulassen oder in dieser hingabe zu dem was ist ja sagen öffnet sich ein raum der heilung in uns und dadurch sind wir ein beitrag für die menschen um uns herum das ist so wie das die mutter die das kind das weinende kind in den schoß nimmt wo das kind sich einfach ausweilen kann entspannen kann so musst du das vorstellen mit dem weiblichen prinzip in dem wir einfach in die stille gehen in das gewahr sein gehen in die hingabe gehen dadurch öffnet sich ein raum in uns und heilung kann geschehen in uns sowie außerhalb von uns und das ist eine erfahrungssache das kann man nicht mit dem verstand verstehen verstand ist wieder männliches prinzip das brauchen wir auch das männliche prinzip brauchen wir aber es soll eigentlich das ausführen was wir innerlich spüren um es dann im außen ja zu manifestieren und das weibliche prinzip hat sehr viel mit kreativität zu tun und das was momentan wir nicht nur momentan viele viele jahre wo wir rein geschlittert sind ist einfach so dieses männliche prinzip das natürlich gefördert wurde der verstand wurde sehr gefördert und dadurch haben wir nicht mehr den zugang zu diesem göttlichen prinzip in uns und dadurch passieren auch fatale dinge wir verlieren also dadurch dass wir den zugang zu uns verlieren verlieren wir auch den zugang zu anderen menschen diese verbindung verlieren wir dadurch und wir entwickeln uns leider gottes immer mehr zu diesen maschinen also transhumanismus ist ja heute ein schlagwort was viele gut finden dass wir uns zu diesem transhumanismus zu diesem robotern entwickeln was ich persönlich als sehr fatal finde weil wir dadurch den zugang zu unserer seele zu dem was wir was der menschen ausmacht verlieren wir funktionieren dann nur noch und ich glaube nicht dass das sinnvoll ist und ich glaube auch nicht dass es für die erde sinnvoll ist für die natur sinnvoll ist weil die natur und die erde leiden momentan auch sehr darunter dass wir dieses weibliche prinzip verbannt haben ich fand zum beispiel die woche auch interessant ich habe ja letztes mal von diesem töl erzählt und ich weiß nicht ob die eine oder der andere sich das video angeschaut hat ich fand den ich finde diesen mann hochspannend und er hat ja davon gesprochen dass uns so viele worte genommen worden sind die dadurch dass also dadurch dass uns diese worte fehlen können wir unsere kreativität nicht leben und ich fand dazu spannend letzte woche hatte ich mich mit zwei freunden getroffen als vielmehr ein freund und eine freundin und da kam mir auf dieses männlich weibliche auch zu sprechen und sie sagte dann ja ich bin voll weib und das löste in mir erst mal so eine irritation aus weib war bei mir so ein bisschen abgespeichert ein bisschen negativ abgespeichert zu herablassend irgendwie und dann haben wir darüber gesprochen weil in der deutschen sprache ist momentan eher üblich dass wir frau mann sagen und dann haben wir festgestellt dass das ja eigentlich nur ein titel ist es bezeichnet nicht dass wer oder was du bist und mit der zeit bin ich dann mit diesem wort gegangen dass ich immer wieder in mir gesagt ja ich bin ein weib ich bin keine frau ich bin ein weib und dann fand das spannende in mir stand weil ich spürte dann auf einmal dieses wort weib welche kraft das in mir ausgelöst hat während ich am anfang eher so ein bisschen editiert war weiß ich nicht ist nicht so positiv besetzt bei mir aber ich merke dann ja auch alles ist ja ein glaubenssatz hat ja nur was mit glaube zu tun wie was es kam und deswegen fand ich spannend nachdem ich das so ein bisschen sacken lassen habe bei mir mit dem weib ich bin ein weib ich bin nicht frau frau ist sowas trennendes also so nehme ich das war das ist eigentlich wie ich eben schon gesagt habe ein titel und ich nehme ich nehme es trennend war während weib was sagt es ist was starkes ist also für mich und ich lade dich einfach ein vor allen dingen dich als frau natürlich geh mal damit schließt mal die augen für dich und gehen mit diesem frau was das mit dir macht und gehen wir diesem wort weib was das in dir auslöst ich fand das mega spannend und so kann ich mir wirklich vorstellen dass uns viele dinge genommen wurden an worte die uns getrennt haben von unserem göttlichen kern von diesem weiblichen prinzip in uns und so wie ich das eben gesagt habe ich das wahrgenommen frau war so für mich so was trennendes ist trennt es sich von mir ich hatte keinen bezug mehr zu mir zu meinem körper während das weib war so was richtig kraftvolles ja dazu lade ich dich ein das wirklich mal in der tiefe wahrzunehmen ich werde hier unten auch noch ein buch verlinken was ich sehr schön finde was auch sehr über dieses weibliche prinzip bespricht warum es so wichtig ist dass wir diese kraft diese energie wieder einladen in unser leben wenn wir wirklich diesen ja globus wenn wir uns retten wollen wenn wir wieder ein wunderschönes leben führen wollen wenn wir wieder zugang zu unserer lebensfreude haben wollen weil der zugang zu der lebensfreude das kommt aus dem weiblichen prinzip so wie ich heute morgen zum beispiel ich finde es so mega genial ich bin heute morgen aufgestanden und ich habe seit längerem zeit mal wieder einen tomatenstrauch gepflanzt und spreche jeden morgen mit der pflanze weil ich immer so ein bisschen angst hatte tomaten kommen weiß ich nicht und so morgen habe ich die ersten kleinen tomatchen gesehen sie sind zwar noch grün aber ich war so begeistert ich war so in dieser lebensfreude das könnt ihr euch gar nicht vorstellen das war wie ein kind dass ich so unsagbar über ein wunder freut und das war für mich heute morgen auch ein wunder das war für mich wirklich ein wunder ich habe tomaten sind gewachsen tomaten sind da und ich habe ein bild gemacht habe sofort in meiner telegram gruppe frei sein 1 sein gepostet also wer von euch noch lust hat da rein zu gehen kann gerne ich weiß auch unten drunter noch mal posten gerne diese gruppe kommen und weil ich da immer wieder auch so zusätzliche informationen preisgeber die sehr sehr wichtig sind für uns um wirklich ganz zu werden in uns ja das wäre es jetzt erst mal also ist es wirklich wichtig dieses weibliche prinzip in uns einzuladen ob männern oder weiblein und erst mal auch zu gucken inwiefern habe ich dieses weibliche prinzip in mir verankert es ist überhaupt da ist es so mega verschüttet in mir gerade hier in deutschland wir leben sehr ausgeprägt dieses männliche prinzip und dazu möchte ich dich dann jetzt einladen wir machen dann jetzt noch eine kleine meditation dazu dass du einfach in dir spüren kannst inwieweit hast du dein weibliches prinzip in der schon verankert ja dazu machen wir ein bisschen musik das muss ich mal den ton ok dann halte ich dich ein deine augen zu schließen ein tiefen atemzug zu nehmen dich mit dir und einem körper verbinden ist ganz wichtig auch das ist das weibliche prinzip verbindet dich mit einem körper nimm dich zunächst wahr mach so einen kleinen check vom körper bis zu deinen fußsohlen wie du dich fühlst jetzt in diesem moment und ohne zu werken atme tief durch die nase ein und durch den leicht geöffneten mund wieder aus sehr schön sei ganz bei dir bei deinen gefühlen bei deinen gedanken und vielleicht ist das stiller denn nur in dieser stille kannst du dein weibliches prinzip wahrnehmen dieses nährende prinzip dieses heilende prinzip und sobald du diese stille wahrnehmen kannst wird sich dieses tor der heilung in der wirst du wahrnehmen wie du dich mehr und mehr aus dem das was ist bleib weiterhin bei deinem atem mit jedem ausatmen dehn dich noch ein stückchen mehr aus bis du zum reinem bewusst sein wirst du bist glücklich gemacht sei sehr ich negative den schensore nämlich als dieses göttliche bewusstseins Und wahr, diese Lebensfreude, diese bedingungslose Liebe. Und mit diesem Bewusstsein, geh nun zurück in deinen Körper. Atme tief in deinen Körper hinein. Atme zunächst ein und wenn du ausatmest, geh mit deinem Atem durch deinen ganzen Körper. Bis hinunter zu den Zehenspitzen. Atme tief ein und geh mit deinem Atem durch deinen ganzen Körper, Becken, Oberschenkel, Unterschenkel bis zu deinen Füßen. Und nimm wahr, ob du ganz frei atmen kannst oder ob es irgendwo Irritationen gibt. Bis wohin kann dein Atem fließen? Kann er wirklich bis zu den Zehenspitzen fließen? Und nimm es wahr und lächle innerlich. Und sage zu dir selbst, auch das bin ich. Und frage dich nun innerlich, inwiefern lebe ich mein weibliches und männliches Prinzip? Und achte, was da an Gefühlen, an Gedanken ist. In dir hochkommen und nimm sie wahr, achtsam wahr, ohne zu werden. Und dann mache ich mich selbst mit deinem anger Кassi-Torn. Und das ist auch nichts, wesentlich macht es. Und jetzt sagen dein passcode. Und dann stell dir die Frage, inwiefern lebe ich meine Beziehungen mit meinem Partner, mit meinem Umfeld? Lebe ich da eher den aktiven, männlichen Part? Oder übernehme ich da mehr den passiven, weiblichen Part? Nimm es einfach nur wahr, ohne zu werden. Oder ist es ausgeglichen? Übernimmst du einmal den passiven und einmal den aktiven Part? Und nun lade die göttliche Präsenz in dir verstärkt ein. Und bitte um Heilung, sodass das weibliche und männliche Prinzip in dir ausgeglichen wird. Bitte zunächst um Heilung des weiblichen Prinzips, sodass es sich zeigen möge. Dass es sich nicht mehr verstecken muss. Sich freudvoll zeigen darf. Und seiner ganzen Kraft. Und nimm wahr, wie ein goldener Lichtstrahl über dein Scheitelchakra in dich hineinfließt. Und in dir diesen Anteil heilt, dieses weibliche Prinzip, das so volle Angst ist, sich zu zeigen. Es darf sich jetzt zeigen. Es darf sich mutig zeigen in seiner ganzen Pracht. Nimm es wahr. Und umahne dieses weibliche Prinzip in dir, diese weibliche Kraft, diese göttliche Kraft in dir. Und lade sie mehr und mehr in dein Leben ein. Und dann nimm nochmal einen tiefen, tiefen Atemzug. Lächle. Und danke deiner göttlichen Präsenz in dir, dass du deiner weiblichen Intuition, deinem weiblichen Prinzip ein Stückchen näher gekommen bist. Und sei geduldig mit dir selbst. Und lade dieses Prinzip mehr und mehr in dein Leben ein. Nimm nochmal einen tiefen, tiefen Atemzug. Und dann kannst du langsam wieder in deinem Tempo deine Augen öffnen. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick. Hoffe ich doch für dich in der Meditation, dass du dein weibliches Prinzip in dein Leben wieder einladen kannst, integrieren kannst. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Ich wünsche dir noch einen fantastischen Sonntag. Alles Liebe dir, deine Cornelia. Ciao.